Oh mein Gott Leute, heute gibt es für euch das krasseste Video auf meinem Kanal, denn ihr wisst ja alle, in 8 Tagen beginnt die neue Season und es gibt für uns alle einen neuen Battle Pass. Aber was ihr auch wisst Leute, zur neuen Season gibt es ein Live-Event für uns und wir werden uns heute vor allen anderen dieses Live-Event genauer anschauen. Also falls ihr nicht gespoilert werden wollt, wie das ganze Live-Event aussieht, dann müsst ihr jetzt abschalten und das Video nicht komplett anschauen Leute. Denn wir werden heute zu dem Ort hingehen, wo das Live-Event stattfinden wird und uns das Live-Event heute komplett anschauen. Aber hier sind Gegner gelandet und die wollen auch das Live-Event natürlich sehen Leute und die Gegner müssen wir erstmal eliminieren. Ihr seht schon, ich habe den Renegade Raider am Start mit dem Schwarzen Ritter Backbling und da kommt schon jemand. Oh no, 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 ich habe keine Pump, das war es komplett. Warum? Ich brauche keine zwei Sturmgewehre. Was geht hier ab Leute? Was geht hier ab? Was machen die denn da? Okay, okay, okay. Wir haben einen Gegner eliminiert. Die wollten sich pickaxen, weil die einfach beide keine Waffen hatten. Genauso wie ich. Ich habe einfach nur zwei Sturmgewehre. Was ist das denn? Was ist das denn? Was habe ich hier aufgesammelt? Hä? Könnt ihr mir erklären, was das war Leute? Und auf jeden Fall danke an jeden von euch, der meinen Creator Code Q's, Q's im Itemshop eingetragen hat. Heute werde ich wieder einen von euch adden, der mir in die Kommentare geschrieben hat, dass er das gemacht hat und seinen Epic Games Namen dazu geschrieben hat. Und zwar werde ich sie hier adden Leute. Ich gebe ihren Epic Games Namen hier ein, die liebe Maya King. Ich weiß nicht, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, aber ich werde dich auf jeden Fall adden und du wirst dich bestimmt freuen. Also Leute, tragt meinen Creator Code Q's, Q's im Itemshop ein und dann werdet ihr vielleicht auch von mir geaddet. Und bald kommt ja der neue Battle Pass raus Leute mit ganz vielen neuen Skins, Emotes, Hängegleiter und damit unterstützt ihr mich sehr Leute. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, Flakes, wo ist das Live Event? Wo können wir das finden? Wie kommen wir da hin? Also wie gesagt, schaut euch nur das Video an Leute, wenn ihr das Live Event wirklich vor allen anderen sehen wollt. Denn wenn ihr das nicht sehen wollt und erst selber leben wollt, dann seid ihr hier falsch Leute. Und hier ist ein Gegner am Campen, aber den habe ich natürlich gesehen, deswegen werde ich ihn direkt pushen Leute. Wo ist er? Der chillt hier. Oh, der ist ja komplett lost. Der war komplett lost und wir haben schon die zwei Kills. Leider gibt es auch traurige Nachrichten. Nicht nur, dass wir das Live Event bekommen, was uns ja alle freut und auch der neue Battle Pass Leute. Es wurde was im Spiel entfernt. Ja, und es wurde was entfernt, was vielen gefallen hat Leute. Und zwar wurden die Ninja Turtle Items entfernt und da wurde gerade jemand rebooted. Das war es dann mal wieder komplett Leute. Wir müssen alles nachladen. Da hinten wurde jemand rebooted. Ihr wisst ja alle, dass nach einer Zeit Loot Drops gelandet sind von den Ninja Turtles. Und dort gab es für uns alle das mythische Ninja Turtle Item und die Pizzen Leute. Ja, die Loot Drops wurden entfernt und auch in Automaten könnt ihr leider, leider keine mythischen Ninja Turtle Items mehr finden. Das ist leider die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht wiederum ist Leute. Stattdessen gibt es für uns zur neunsten ein Mini Battle Pass mit dem Thema Avatar. Ich glaube jeder von euch sollte Avatar kennen. Und genau dasselbe wie mit den Ninja Turtle wird es mit Avatar geben. Und ihr wisst ja, dass Avatar bestimmte Fähigkeiten hat. Und ich vermute mal, dass die mythischen Items auch diese Fähigkeiten sein werden. Es wird ultra krass Leute. Und ihr fragt euch jetzt Flakes. Wo ist das Live Event? Wo ist das Live Event? Leute, das Live Event wird hier in Ruined Reels stattfinden. Ihr wisst ja, das Thema zur neuen Season wird griechisch sein. Also irgendwas zur griechischen Zeit. Auch der Battle Pass wird zur griechischen Zeit hinweisen und andeuten. Genauso wie Ruined Reels. Das ist ja eine Ruine Leute. Und genau... Wow, wow, wow. Nice. Und genau so wird auch das Live Event. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen Leute. Das Live Event wird so aussehen, dass aus dem Boden ein riesiges Loch entsteht. Mit ganz vielen Rissen. Und daraus wird dann eine Hand rauskommen. Und man kann das Live Event schon vor allen anderen sehen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Denn wir werden uns das Live Event jetzt gleich geben Leute. Und jetzt konzentrieren wir uns auf diesen Riss. Denn ihr seht jetzt erstmal nichts. Nur einen riesigen Riss hier im Boden Leute. Das Problem ist, dass dieses Live Event immer nur alle paar Stunden stattfindet. Immer zur vollen Stunde Leute. Wird dieser Riss erweitert. Und passend zur neuen Season wird dann hier eine riesige Hand rauskommen. Und das Ganze sieht ungefähr so aus, wenn diese Risse entstehen. Die ganze Map vibriert, wie ihr hier sehen könnt. Und es stehen ganz viele große Dreckwolken mit ganz viel Staub. Und das Loch wird extrem groß Leute. Ja, das sind die ersten Phasen, die wir erstmal erleben werden. Ich habe es euch ja gerade eingeblendet Leute. Und glaubt mir, das wird noch viel, viel krasser. Denn ich weiß, dass zum Live Event eine große, riesige Lava Hand immer weiter rauskommen wird. Mit einer Kiste dran. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Und diese Kiste wird sich dann irgendwann mal öffnen. Und aus dieser Kiste, also das ist die Pandora Kiste Leute. Und falls ihr nicht wisst, was die Pandora Kiste ist, das ist eine Kiste, wo die ganzen bösen Dinge in Fortnite und zur griechischen Zeit eingesperrt worden sind. Und wenn diese Kiste dann geöffnet wird Leute, dann könnt ihr euch ja wahrscheinlich schon denken, was passiert. Diese ganzen bösen Dinge werden herauskommen und auf die Fortnite Map gelangen. Und es wird komplettes Chaos geben Leute. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden komplettes Chaos erleben. Was ihr auch wissen solltet Leute, zum Battle Pass wird es einige griechische Skins geben. Und einer davon ist dieser Skin hier. Der hier auch rumläuft in Ruined Reels. Diesen Skin, Odyssey, werden wir alle spielen können. Dieser Bot hier ist auch extrem cool. Denn der verkauft uns etwas. Warum kann ich hier nichts kaufen? Hallo? Kann ich hier... Warum? Oh, ich bekomme sogar XP. Aber normalerweise... Ja, kann man hier einen Grappler kaufen. Für Movement. Denn der Grappler ist das einzige Movement, was wir zur Zeit im Spiel haben. Denn ihr wisst ja, die mythischen Ninja Turtle Items wurden entfernt. Und Leute, gebt euch mal, was noch alles passiert mit dieser riesigen Hand hier. Denn nicht nur, dass komplett viel Lava entstehen wird und diese riesige Hand rauskommt. Denn wir als Spieler zusammen müssen diese Kiste und die Kette, woran die Kiste befestigt ist, zerstören. Das Problem ist, dass diese Kette, woran die Kiste befestigt ist, komplett viel HP hat. Das heißt, wenn ihr beim Live-Event dann am Start seid, müsst ihr auf diese Pandora-Kiste gehen und versuchen, die Kette zu zerstören. Denn wenn man diese Kette zerstört, fällt die Kiste herunter und öffnet sich. Und ihr wollt nicht wissen, was dann passiert, Leute. Und ihr wundert euch, warum ich hier die ganze Zeit in Ruined Reels bin. Denn ich kann euch zeigen, dass sich hier immer wieder was tut, Leute. Problem ist, auf der Karte, Leute, sehen wir, hier ist jemand mit einem Medaillon. Hier ist jemand mit einem Medaillon. Und die kommen hier direkt auf mich zu. Denn die wollen wahrscheinlich auch das Live-Event miterleben. Wir müssen halt die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Denn wenn wir nicht in der Nähe sind, werden wir das Live-Event nicht miterleben. Ich bin hier jetzt gerade die ganze Zeit in der Nähe von der Location hier. Aber bis jetzt haben wir nichts erlebt, Leute. Normalerweise wird hier eine komplette Vibration entstehen. Ein Erdbeben. Die Hand kommt heraus und es wird komplett eskalieren. Deswegen habe ich euch die ganze Zeit das Ganze auch eingeblendet, damit ihr das vor allen anderen sehen könnt, Leute. Also schickt das Video weiter, wenn ihr eure Freunde spoilern wollt. Aber ich werde euch zeigen, dass wir das Ganze hier noch erleben werden. Guck mal, wie die Dampf-Falten sind. Oh, und die bauen sich ein. Das war es komplett. Das war es komplett. Ach, ich muss weg, Leute. Ich muss weg. Okay, wir gehen hier in den Busch. Wer wollte mich komplett pushen? Es wäre nice, wenn ich einen von denen... Die kommen sogar mit dem Auto. Die Insel ist jetzt gespawnt. Die werden dann wahrscheinlich zur Insel gehen. Die gehen zur Insel. Das ist aber gut für mich, Leute. Denn ich möchte ja sehen, was hier gleich passiert. Okay, wir gehen weiter. Es wäre so nice, wenn wir jetzt noch den Epischen holen. Und hier ist irgendwie so ein Ausrufezeichen. Hä? Was ist das denn? Seht ihr das auf der Minimap? Was ist hier? Hä? Ich kann hier... Was war das denn? Ich kann hier irgendwas ausgraben, aber nicht aufheben. Hä, habe ich hier irgendwie so ein Geheimnis gefunden oder so? Digga, was passiert hier gerade? Und hier ist irgendwas drinnen, ne? Irgendwas ist hier drinnen. Aber ich sehe es nicht. Hä? Ach, hier. Hier kann ich auch was ausgraben. Okay, richtig komisch. Ich weiß echt nicht, was das ist. Vielleicht wisst ihr, was das ist, Leute. Da ist auf jeden Fall ein Gegner am Start. 105er. Den hätten wir gesnipet. Okay, die wollen jetzt auch mich snipen. Guck mal, guck mal, wie der snipen will. Schade. Nicht getroffen. Und da lädt mich die ganze Zeit jemand ein, Leute. Genau das dürft ihr nicht machen. Ihr dürft mich nicht die ganze Zeit einladen. Sonst muss ich euch löschen. Wenn er mich jetzt noch einmal einlädt, muss ich ihn leider löschen, Leute. Laufen die weiter. Okay, der hat mich nochmal eingeladen. Das heißt, ich muss ihn jetzt leider löschen, Leute. Leider. Rip in die Kommentare für ihn. Wo ist er? Hier. Ich muss ihn leider löschen, weil er mich so oft eingeladen hat. Tut mir leid, Bro. Das war's mit dir. Es wird spannend. Die sind da komplett am fighten, Leute. Das ist meine Chance, dass ich ganz easy in die Zone gehen kann. Komm, komm, komm. Spring. Let's go. Wir gehen hier noch nach oben und wir können hier in den Busch reingehen. Ich hoffe, da ist keiner drin. Das wäre es dann komplett. Okay, die sind da hinten am fighten. Vielleicht kann ich einen snipen. Nein, schade. Ich habe auch fast keine Munition mehr. Es leben nur noch zehn Gegner, Leute. Ich gehe weiter in die Zone. Guck mal, da unten sind die. Da unten. Schade. Schade, die haben sich eingebaut. Digga, ich bräuchte halt Loot, ne? Ich habe keinen Loot. Ich habe keine Munition mehr. Nur noch ein Schuss für die Sniper. Hier oben sind auch Gegner. Ja, da oben sind Gegner. Okay, der ist komplett white. Hab einen. Okay, wir laden noch mal nach. Okay, einer ist gefinished hier. Okay. Wir haben das Medaillon. Wir haben genug Sniper. Ich gehe mal hier hoch. Das geht nicht. Wir schießen die mal runter. Ich will abhauen. Hab ihn. Let's go, Leute. Wir haben ihn. Der hatte sogar eine Krone. Und noch ein Medaillon. Das ist sehr, sehr gut. Ich muss mich einbauen. Holy moly. Da kommen noch welche. Ich bin auf jeden Fall in der nächsten Zone. Das ist gut. Aber da hinten war doch irgendwo ein Gegner. Ja, die sind am fighten, Leute. Die sind am fighten. Das wäre so nah. Ah, da vorne ist einer. 105er. Das ist extrem gut. Schade, ich habe nichts getroffen. Wieder nur ein Hit. Das war's. Der will mich snipen. Hat einen 105er. Einer ist genockt. Einer ist Shieldcrack. Let's go. Den kriegen wir noch. Den kriegen wir noch. Let's go, Leute. Wir haben sogar den Kronensieg geholt. Und jetzt gibt es einen Vollablachen-Mode, Leute. Tut mir leid, dass ich so toxisch bin. Aber wir haben es geschafft. Mit sechs Kills, Leute. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.